Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Trouble in Karras Town. Wieder mit dabei der Atta Boom. Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid. Lestetik. Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid. Das Heilerchen. Guck, guck. Der eine, der nicht mitmacht. Guten Abend. Mathis zockt, alias Nemesis. Ja, das bin ich. Dann ein Sascha-Lein. Guten Abend. Das muss nicht traurig sein. Stevi. Hi. Und Stormblade. Natürlich nicht. Schön, super. Und, ähm, mhm. Ja, ich geb die Runde mal frei. Danke. Oh, sie hat von dir. Ich hab jetzt auch nicht mal eine Waffe als, ähm, Shooter. Ich tötet mich der Dick. Waaah. Warum immer ich? Nee, 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 nee. Es ist so ne reine Vermutung. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Gary, das. Gary? Killed Gary. Ja, auch nur, weil er Motti hat gekauft. Sacha. Äh, Sascha. Sacha. Oh, lol. Sacha. 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 Also, Sacha. Also, echt mal. Sacha. 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 Sacha hat heute. Bin ich hoch? Ui. Sacha war auch noch eine Torte, oder? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Sacha hat heute, ja. Sacha. Gibt's hier irgendwo überhaupt Waffen auf dieser Map? Ja, klar. Sacha spielt mit. Ach, ich ja. Ah, ich hab übrigens noch, ach, da sehe ich jemanden. Loll, der wurde hinterher geschossen. Oh, das ist gut. Hallo, Sascha. Eventuell, der David? Ach, da gleich gibt's einen Shot dafür. Ach, Sacha, so triff's eh nicht. Ach, lass mich doch mal hier sagen. Ach, guck mal, hier seid ihr, hallo. Ich will das noch mal, Sascha. Ich will das mit Händen klaffen, wenn du so schnick, schnack. Ich bin nicht mal Dete, du Vogel. Oh. Aber schnick schnackt sich, oder? Ein bisschen. Fiction? Ey. Alter, interessiert's nicht, dass ich ein ganzes Magazin hinter ihm fahre? Der Mann hat. Hey, Bleddick! Hulschleid. Das arme Fass, ich fass es nicht. Rett, er ist immer gestorben. Äh, Bleddick oder Ästhetik sind tot. Oben ist eine Menge Blut. Oh Gott, Bleddick, Bleddick. Oh Gott. Oh Gott. Dete ist draufgegangen. Hat er? Ich war's nicht, ich war's nicht, ich war's nicht. Ich treff nicht. Ach, komm schon. Geht doch. Ich hab Bleddick getötet. Okay, was geht's hier ab? Nein, 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 weg hier. Weg, weg, weg. Heiler. Ich hab mich auch vom Heiler mitgenommen. Äh, vom, 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 von, wie heißt er hier Dete? Erzieht. Du blödes Fass, ey. Okay. Also ich bin safe. Ich hau ab. Ja, mach das. Komm ich leider nicht raus. Also wir haben den Hook auf CS Maps, das ist einfach bullshit. In der Tat. Ich hab ihn gut versteckt. Warte mal, Dete war tot. Ja, Dete. Ja. Dete war tot. Dete war tot, er liegt direkt vor mir. Aber gut. Das war's. Hast du ihn wiederbelebt vielleicht? Ja, warte. Mach ich gleich. Ich hab hier nämlich tatsächlich ein Defini. Aber bitte nur das Tee. Oh! Oh! Was auch. Ja, heiler. Ich hab mich ein bisschen erschrocken, dass du direkt neben mir stand. Sonst. Tut mir leid. Ach, ich will den Leiter benutzen. Bin oben, will nach oben. Sehr gut. So, Erzie lebt wieder. Er ist Dete. Heiler ist auch noch da. Echt? Ja. Ich glaube, Nemesis und Heiler wollten gerade knutschen, so dicht wie sie bei Domna gelaufen sind. Warum belebe ich eigentlich nicht Erzie wieder? Warum mach ich sowas? Weil du's krankst. Komm, Alter. Komm, ja. Aber Erzie geht mir auf den Sack heute. Warte mal nicht. Du, 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 Erzie, ich mach dich. Du bist nett. Du, 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 Erzie, ich mach dich. Du bist nett. Mathes! Gleich mal leicht, ich hab's, wenn du die Schnauze hältst. Töte ihn doch einfach. Dann muss er. Nee, ich krieg ja Minuspunkte dann. Als T-Bahn. Also vielleicht, wenn der Mathes kein T ist. Was noch nicht bestätigt ist. Also rein theoretisch, können sich Heiler und Mathes gegenseitig machen. Heiler von den beiden ist T. Ich bin Inno. Ja, dann wenn du Mathes siehst, knallen ab. Wo ist der Beweis, dass du Inno bist, Atta? Weil ich von der Bananwamba auch Schaden bekommen habe. Punkt 1, Punkt 2 ist, ähm. Ich würde dir sagen, äh. Ich war ziemlich nah bei dir, der das Wiederbeleben nicht erlauben. Von einem Deto. Ich bin auch nah dran. Ich hab ihn doch noch, äh, quasi verschützt. Aua! 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 Das war sehr gut analysiert. Das sage ich nicht nur, weil das Wort Anwalt und verrund. Du werem geschossen? Das war geschossen. Das war geschossen. Und es nehmen sie jetzt da vorne ist Heiler. Und irgendwie macht keiner was. Äh, hier Heiler, gerade aus die Straße hoch. Von dir aus gesehen, dann ist gerade man es dann gelaufen. und dann ist ja dann der heiler ist safe dann ist es mattes das ist jedes mal so entweder sonic ja nicht so nix dom oder ich habe mich aus ich kann da nichts mehr machen weil alle so ordentliche waffe macht eine t-runde keinen spaß ich wäre gerne mal t der letzten aufnahmen die wir gemacht haben ja ich auch nicht vier leute entgegen ja da läuft weitergehen ich habe jetzt auch dann war es kein grund zu folgen ich habe ausgeschossen ja ich finde schlechtes kam ja er hat mir mal wieder eine mit mitgegeben mit der krober gesundheit er hat mich mit der krober gehauen darum habe ich nur noch 80 leid ich hab dir nicht mal 10 schaden gemacht die vogel alter erschreckt mich doch nicht so ich habe mir links und rechts und auch ins bild gesprungen oh mein Gott der hat erstmal 5 oder 6 Schuss er ist ziemlich weit unten da ist ein stevie er hat sie verfolgt das ist irgendwie verdächtig ich lass meine maus los ja ich hasse diese leite dabei ist dir wie versucht hochzukommen aha was hier liegt eine leiche aber land hier liegt erzi wo liegt erzi ruf mich ruf mich leider war ich es nicht ja abletik ne ne ah aesthetic aesthetic ok ist tot ich habe umgebracht ha 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 das ist nicht so gut die hat eben aesthetic gezählt ich habe keine kohle mehr das ist nicht so gut nein das ist wenn man sich so eine billig kack feuerwaffe holt die hat eben aesthetic gezählt ich hatte 5 verp du könntest dich heilen ich habe schon volle monate man kann damit auch Leichen verbrennen bitte man kann mit dem nighthawk auch Leichen verbrennen wow das heißt auch unter anderem Terroristen die wiederbelebt werden könnten macht es Spaß über die Züge zu hüpfen Sascha ich hüpfe nicht über die Züge aber auch egal dann ist er ein Doppelgänger da steht er wieder das war nicht du das war ein Nemesis sorry wow ich dachte aber wann habt ihr euch gewechselt so schlecht wie dein Name ja da hielt sich jemand ja ich steht der achso ich dachte du hast kein Geld ja ich habe immer gedacht der viel weg war konnte ich wieder kaufen wie gewissst du inzwischen hier auch bekommen die Treppe hier hier das Zaubermord nennt sich Leiter oh geil ich hätte ja jetzt gerne runtergeschossen das nennt man Leiter oh Gott jo Leute teilt euch mal ein bisschen auf wir haben nur noch einen Traitor und vier Leute auf dem Fleck da einer nur noch? oh stimmt ne ich habe Eszetic getötet mir laufen hier immer alle nach da kann ich ja nichts für warte Leiche von Eszetic die sind am anderen Ende der März oh Gott Mathe ist geweckt einer ist da hinten von uns warte da ist einer Hör auf Mathe ist das gleiche von Eszetic liegt hier noch irgendwo wurde geschossen ja Mathe ist schießt mir hinterher aber trifft nicht natürlich treffe ich nicht weil ich ja weil du zu nubig bist richtig weil du es einfach nicht drauf hast ja siehst du schon wieder daneben ähm Tätik brennt du brauchst dann auch noch einmal drauf fire 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 das macht einfach Spaß so einen von euch beiden habe ich jetzt gerade Spaß verdorben burn warum ein von uns beiden eine vermute war der Erzi wurde wiederbelebt ja? ja ok von mir nicht von dem E-Belter ok Dibi lebt noch ja? ja natürlich lebe ich noch da kommt er gerade angeregt natürlich lebe ich noch uaaaaaah hast du jetzt Angst Blattdick? ne er vor dir immer hier wollte ich noch nicht nachts begegnen das war doch grad wer wer ist denn da? das Sascha Halloween ist n Scheiß da geht hast du einfach gerade gekauft das du meinen Namen erst so spät siehst ne das ging so schnell vorbei ja 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 erzi war wiederbelebt ne du darfst nur einen pro Runde wiederbeleben Storm ja bin dann nicht ist Sascha auf irgendeine Weise safe? nö gut dann äh kann sich keiner duellieren das ist ja doch ne ich bleib du darfst keinen mehr wiederbeleben Storm Dibi es ist verdammte Scheiße warum hab ich da nicht getroffen? der sidestep is real natürlich ah sicherlich killt er mich schnell an oh lol wahrscheinlich auch immer ein heißer Kerl das war voll lustig ich hab 5 verfehlt aber das denkt er auch noch ne er hat 100 ich zieh ihn auf 95 runter und er freut sich weil er mich getötet hat ich dachte du hast noch mehr nein ich war rot wow kaum schon ey schon wieder aber das ist doch wohl der Glücksschuss ja ich weiß ich wusste mich hier total hier rauskämpfen mir kamen die ganze Zeit Leute entgegen mich wenn ich dann nächstes Mal auch wieder innovatorage bin ich ich hab noch keine Waffe ja die Map ist echt ziemlich schlimm heutzutage jetzt heulen die schon rum dass sie wieder Traitor werden naja ne also ich würde hier boah schon wieder ich hab keine Waffe ja wo zum Teufel sind die Waffen auf dieser Map wo sind die Waffen wo sind die Waffen ich find da so Schrotz sind ich hab sie alle rausgepast hinten ist eine Schmutzflinte wir müssen uns jetzt bezahlen aber find ich auch keine Waffe ich will selber auch keine hübs ja ok geh was hast du also ich bin free kill Bananenbombe irgendwo ok ok ich hab auch was hier äh hier äh hier ist keiner ich bin in der Mitte geil ein ganzes Magazin Zone A ja nimm die Mitte meint ihr Zone A oder? A Spot äh ja Mitte ist ja Rashbi Rashbi Zone A er vergewaltigt doch schon wieder seine Tastatur ey boah das eure Tastatur ja ah hier liegt die Befehl Rashbi Kurva ist zu kapriert im Übrigen kann ich nicht empfehlen auf Leitern zu kämpfen das sind zwar verschiedene Sprachen aber egal ey das ist vorletzte Runde nicht so gut gewesen gegen Blattdick ich trau dir nicht so ganz mach ich auf Leitern das ist gegen Blattdick schon gut Alter mach das Erfolg nicht oder ist Tatic ja ja Tadam 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 Alter also ich hab einen Todesschrei gehört aber ich kann ich will da noch nicht lang weil hier läuft ne ich trau mich grad auch nicht hin du singst neben dir liegt da eine hallo Sascha ja hi hab ich dir ins Knie zu sagen ne lass mal bitte bleibt aber stehen nein ach das ist scheinbar so ich hab gestorben ja ja ich hab getroffen oder nö doch hast du ey ich weiß du bist doch du Deadringer ja wow oh oh Muni lass doch den Arm mach es in Ruhe der hat dir nichts getan doch doch ey äh man ey jetzt wird das ganze Spray geht hier los das scheiß was bin ich? ich hab 91 live also ich hab 90 ich lass mich durch die 10 verloren haben 93 Alter ist tot alter ist tot neiiiiiin hörst du jetzt an die Maufs RC äh RC äh RC Leiter backt wieder aaaah ja die Leitern die echt super hm oh lol die Granate ich hab gerade Granaten geschmissen huuuh also Matzes nicht runterholen hm und wieder sportlich wie wir alle auf auf den Haufen hocken Banane Bananenbombe oh lol tot äh ne gifste merk ist tot ähhhh ja weiter hier hinten ach gifnd lang lang nou gescho Da kann er koscheln. Au! Was? Ah, hier wird geschaffen! Dasch! Dasch! Wie geil! Demo warst du weiter! Bam! Double! Hier stehe ich glaube ich schlecht für... Dauerbare Arbeit, Secher. Ja, ja. Hahaha! Einer hat meine Bodyboom gefunden! Nein! Hahaha! Ach Mensch! Plettig! Hallo Plettig! Hallo Sascha! Oh lol! Wenn man zu lange guckt, wer in die Bodyboom gelaufen ist. Hahaha! Dann taucht auf einmal ein Aesthetic hinter dem Scoreboard auf. Ah, nice one Aesthetic. Mal auf jeden Fall geil wie wir Heiler ausgeschaltet haben. Hahaha! Links! Rechts! Boom! Tot! Ups! Ach komm schon! Oh! Double Barrel! Jawohl ey! Weißt du schon wieder Tee! Echt doch! Wir haben falschen Skin! Warum? Mann! Du hast bei mir den Tee-Tee-Skin! Warum? Ja komm! Ja komm! Du hast keine Ahnung! Ja komm! Oha! Ich hab's mir vorhin da reingedrückt! Mathes! Ja das war aus Versehen! Ja das war aus Versehen! Ja das war aus Versehen! Das war aus Versehen! Ich hab's mir erst noch Munition! Dann komm ich! Wenn wir ne andere Waffe noch haben! Was soll das denn? Solle Grund haben wir heute schon aufgenommen! Nicht einmal Tee gewonnen! Ich krieg echt Brüche! Äh Brüche! Au! Ohne Punkte abgezogen zu bekommen! Ach der ist richtig! Jo! Storm ist leichter zu killen! Warte! Ja natürlich mich leichter zu töten! Weil ich die ganze Zeit abgeschossen wäre! Bei Storm brauchst du mal ein Ventilator machen! Das heißt ja schon verweht ja! Warte! Au! Was hab ich verpasst? Niemand tötet mich! Ich glaub Bleddick wurde getötet! Okay! Tötet mich! Ja Sascha nicht! Alter! Ich glaub Storm hat Bleddick getötet! Ja er hat Storm getötet! Aus gutem Grund! Hört ihr jetzt auf auf mich zu schießen! Du hast ihn gerade angeschossen? Ich hab ihn gekillt! Warum? Weil der Storm gekillt hat und der war in uns dann hast du auch gesehen! Äh nicht Storm! Den anderen! Wer war's? Der Heiler oder so? Der andere Heiler! Sascha ich träff dich aber nicht! Ich hab's nicht zu finden! Boom! Sascha? Hey! GZ! Storm schießt auf! Warte mal Storm! Ja herzlichen Glückwunsch! Nicht einfach überleben! Warum bist du wieder gehealt? Weil ich mich geheilt habe! Ja! Mofo! Die ganze Zeit bin ich derjenige der hier nämlich Leute umbringt! Sorry! Das ist jetzt nicht! Das ist jetzt nicht! Ich hör dich die ganze Zeit! Alle Toten gehen auf meine Köpfe! Ästhetik tut mir leid ich hatte Panik! Storm ist randomie ne? Storm ist zu töten! Das ist T! Ja natürlich! Das wer? Ich! Stevie lebst du noch? Sogar ich sag's! Ja ich nehme noch! Ja! Sascha hat es bestimmt wieder! Ich treff nicht! Nein! Das war knapp der vor elf! Blending hat gewonnen oder was? Hab ich ernsthaft nur einen Kill gemacht Storm? Ja! Nicht Storm! Oh Storm gewinnt dabei noch ey! Boah das war ne geile Runde! Und ich hab nur Atta gekillt! Alter! Ihr habt... Ich wurde die ganze Zeit angeschossen! Ich hab irgendwo noch 6. Dachte ich ja scheiß drauf! Die verfolgen mich jetzt schon alle! Blending! Go! Feuer eröffnen und so! Feierabend! Mit Trader! Feierabend! Das war wieder eine Runde Trouble Interestown! Wir freuen uns aufs nächste Mal! Und bis dahin schaut dann unsere anderen Videos! Die Links sind unten in der Beschreibung! Tschüss! Boy! Au!